Ihr Mobiltelefon ist beschädigt? Unser Experten-Team ist für Sie da. Egal ob Ihr Display gebrochen ist, die Touch-Funktion nicht mehr anwandfrei funktioniert oder Sie mit einem Wasserscheiden zu kämpfen haben. Das Handy Hospital in Bremen repariert Mobiltelefone jeder Art im Handumdrehen, auch ohne Termin. Vertrauen Sie unserer langjährigen Erfahrung im Bereich der Handy-Reparatur. Schauen Sie vorbei und geben Sie Ihr Sorgenkind bei uns in Behandlung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017